Der Cantina Talk wird euch präsentiert von swtorkantina.de Herzlich willkommen zu dieser Mini-Ausgabe des Cantina Talks Nummer 53. Ja, herzlich willkommen. Und womit beschäftigen wir uns heute? Ja, wir beschäftigen uns heute damit, was wir letzte Woche getan haben, weil wir das immer machen. Und dann beschäftigen wir uns diese Woche, ich habe es im Wochenend-Update geschrieben, ausschließlich mit den Patch-Notes von Patch 3.2.1, der ja nun mal nächsten Mittwoch erscheint. Das liegt daran, dass die Woche so News-mäßig wirklich extrem mau war, aber wirklich sehr extrem. Ich wollte gerade sagen, es ist gar nichts passiert, ne? Ne, wir haben, wenn man mal guckt, irgendwie, glaube ich, zwei News seit dem letzten Podcast geschrieben. Und das ist natürlich jetzt nicht wirklich viel. Von daher wollten wir eigentlich, oder war es eigentlich der Plan, dass wir das Ganze direkt um eine Woche verschieben. Aber da ja nun mal am Mittwoch Patch 3.2.1 kommt und wir darüber auch noch mal ein paar Worte verlieren wollten, machen wir das jetzt so, dass wir heute halt eine sehr geraffte, kurze Ausgabe machen. Und dafür dann nächstes Mal, wenn dann wieder mehr Themen auf dem Plan stehen, dafür wieder eine, die etwas länger ist. Und das machen wir dann in Zukunft jetzt immer so, dass wir uns jetzt so ein bisschen von diesem starren Ein-Wochen-Rhythmus lösen, weil in der Zeit jetzt gerade ist ja nun mal so wenig News-mäßig los, dass es sich einfach nicht lohnt, jede Woche, strikt jede Woche halt eine Ausgabe zu machen. Ja, so sieht es aus. Gut, und von daher verstanden wir auch gar nicht lange. Und fangen wir direkt an mit dem, was wir so die letzte Woche getrieben haben, ne? Ja, ich fange einfach mal an und es ist nicht wirklich viel passiert. Wir waren weder Raiden im HC und das war auch recht erfolgreich, möchte ich sagen. Und der größte Umbruch bei mir selber war aber, dass ich meinen Frontkämpfer jetzt nicht mehr als DD spielen möchte, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Weder die eine DD-Skillung noch die andere. Ist einfach überhaupt nicht meins. Ich meine, du findest das ja geil. Also ich nur, ich dafür wirklich überhaupt nicht. Ich kann damit gar nichts anfangen. Und hab den dann auf Tank umgespeckt. Und das finde ich wiederum sehr cool. Das macht mir ziemlich viel Spaß. Und ich hab auch das Gefühl, als wenn der Fronti von allen Tankklassen so ein bisschen am, so mehr oder weniger am wenigsten mit auf die Fresse kriegt. Ich weiß nicht, das Gefühl hatte ich ja zu Anfang der 55er-Zeiten auch. Da haben wir ja auch teilweise mit dem Fronti zusammen die Inseln gemacht. Mit den ähnlichen. 55er oder 60er? Lass mich mal überlegen, die 60er, ne? Ja, Anfang 60er, hast recht. Da haben wir auch teilweise mit einem Fronti zusammen die normalen Flashpoints gemacht. Und ich fand auch immer, dass der weniger Schaden gekriegt hat, wenn ich den geheilt habe. Als beispielsweise du damals noch mit deinem, was waren das? Dein Asser, ne? Asser, ja, der kriegt, ich weiß nicht, bei dem kriegt man irgendwie am meisten auf die Fresse, hab ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wir müssen das mal objektiv irgendwie uns anschauen. Ja. Im Pass dann, ne? DTPS vergleichen oder sowas. Weiß ich nicht. Aber der Fronti macht mir ja als Tank auch mehr Spaß, beispielsweise als mein Jagger. Der ist halt super mobil und, weiß nicht, man kann viele Mechaniken umgehend über Stellung halten oder Hydrauliküberbrückung, ne? Das ist halt eine nette Sache. Ja, genau. Das war die eine Sache. Und jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, bevor ich das wieder vergesse. Ich habe noch den Monolith im 8er HC gelegt. Das war auch ziemlich cool. Da haben wir das aber so gemacht, dass wir die komplette Mechanik umgangen haben. Und wir haben das Ganze mit einem Tank, einem spottenden DD, drei Heilern und dem Rest DDs gemacht. Und das hat schon echt Laune gemacht, mal wieder so richtig ordentlich drauf zu heilen. Und da muss ich sagen, das ist für mich gutes Bossdesign. Wenn du wirklich auch mal so richtig, also für einen Heiler das hast, also dass man wieder richtig drauf heilen muss auf den Tank und die Tanks sich bewegen müssen. Die DDs haben auch Sachen zum Laufen. Ich meine natürlich, die Farbmechanik umgehen wir ja damit. Ich wollte es gerade sagen, dadurch macht das euch ja quasi selber schön schwer. Ja, richtig. Die Farbmechanik umgehen wir damit. Das ist vielleicht vom Movement her einfacher, vom Heilung her dafür aber schwieriger. Deswegen eben auch drei Heiler. Aber das hat schon echt Laune gemacht und das war für mich dann irgendwie echt doch schon ein ziemlich gutes Bossdesign. Aber leider keine 204er Waffe für dich, ne? Nein, es ist leider, ich weiß gar nicht, was gedroppt ist. Ich glaube, es ist die Mainhand für den Jugga-Wächter gedroppt. Ja, aber hat Spaß gemacht. Würde ich gerne nochmal machen, bevor sie es jetzt eben wegpatchen, dass das nicht mehr geht, dass man die Farbmechanik nicht mehr umgehen kann. Ja, bis Mittwoch, ne? Ja, richtig. Müssten wir vielleicht nochmal gucken, ob wir einen Raid dafür finden. Schauen wir mal. Ja, was habe ich gemacht? Vielleicht hätte ich mal nachdenken sollen, während du erzählst. Jetzt soll ich mir noch was aus dem Ärmel schütteln, dann kannst du vielleicht denken. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, ich war natürlich auch mit Raiden, das ist klar. Wir waren natürlich auch ein bisschen random unterwegs wieder, ne? Mit unseren Heilern, einmal Doppel-Heiler, einmal Tank-DD, glaube ich, ne? Äh, nein, das war DDDD. Nö, DDDD. Nein, ich war mit meinem Revo dabei. Ach stimmt, du wolltest aber erst Tank-DD machen, ne? Richtig, aber dann haben wir noch einen Tank gefunden und dann mache ich doch auch gerne DDD. Stimmt, ja, genau. Wüter und Tempel durch, SM, relativ schnelle Runs, alles sehr unproblematisch, keine Vibes, so wie wir das mögen. Und, ähm, ja, da habe ich ein bisschen mein, mein Commando gespielt, ähm, den nochmal ein bisschen ausgestattet und dann in dem anderen Raid halt meinen Gelehrten-Heiler, der hat jetzt auch mal ein Vierer-Set-Boni bekommen, hat da lange drauf warten müssen, irgendwie die letzten zwei Wochen vorher habe ich immer ultra Pech gehabt mit dem Loot und nie irgendwie was bekommen, was ich brauchte und, äh, von daher ging es da auch ein bisschen voran und ansonsten habe ich jetzt begonnen, seit gestern meinen Schurken auf DD zu specken und, ja, was heißt auf DD zu specken, der war noch nie Heiler, aber er sollte eigentlich Heiler werden und, ähm, ihn jetzt auf DD halt auszurüsten, habe mir dort gestern Abend noch mächtig viel Dinge rübergeschickt von anderen Chars, die guten Verbesserungen und ein paar Modis jetzt geholt, Elite-Auszeichnung ausgegeben und so weiter und so fort und, ähm, ja, bin da jetzt am Optimieren und da wollen wir nachher nochmal einen schönen Raid starten und mal gucken, ob ich da noch das ein oder andere Setteil abgreifen kann dafür. Ja, ich helfe dir. Wir schauen mal, was da passiert und, ähm, ja, der ist eigentlich auch ganz spannend, der ist von der Rotation halt noch einfacher als der Kommando, äh, als der, nicht der Kommando, der Kommando ist nicht so einfach, als der Frontkämpfer in der Taktikerskillung, die ist ja schon relativ easy und, ähm, aber die Rotation vom Schurken in der, ich weiß gar nicht, wie die Heißschläger oder sowas gelungen, glaube ich, bei mir, die ist ja wirklich sowas von einfach, also, ich glaube, das ist somit die einfachste Rotation, die ich je gespielt habe. Mhm, ja, ich kenn's ja auch, ich hab's mit dem Schurken, äh, mit dem Saboya gespielt, ist schon ganz nice. Ja, und, äh, momentan, also gestern Abend hatte ich auch noch nicht so viel optimiert wie jetzt, mir fehlen auch noch ein paar Aufwertungen, mir fehlen auch noch die epischen Relikte, weil ich's im Moment in Unverschämtheit finde, was diese Relikte im GTN kosten, ich kann sie mir auf T3 leider nicht selber herstellen und, äh, die kosten gerade überall mindestens 350.000, das ist ja sowas von unverschämt, also, da ran ich lieber mit dem Blauen weiter rum. Ja, aufwerten muss ich auch noch und komme jetzt so auf 3880 oder sowas DPS gestern an der Puppe, also, es geht ganz gut los, mal gucken, dass ich dann, wenn ich jetzt noch ein bisschen optimiere, so auf die 4 komme, damit ich den dann als bald wie möglich HC-Ready habe, weil ich den vielleicht mit meinem, äh, Frontkämpfer austauschen möchte, ähm, hat Gruppen spezifische Gründe, dann hat man noch einen Schocken-Buff dabei und, ähm, ja, das ist so der Plan, den ich gerade verfolge. Ja, das schaffen wir auch, ich meine, ähm, der wird auch, denke ich, ein ganz guter Ersatz sein, der macht ja auch nicht wenig Schaden, ich weiß nicht, was hat's mal bei Parsley geguckt, war noch auch an die 5K, ne? Ja, ja, genau, die, schon, heftig. Also, das ist ähnlich, also vom, vom, also ich vergleiche das ja immer so, da gucke ich mir ja auch die, die Skillungen an, wie die gerade so, ähm, performen im Vergleich zueinander, indem ich einfach mal bei Parsley gucke, was hauen denn so die Top 5 damit für eine DPS raus. Und vielleicht ist das nicht komplett objektiv, äh, dann einsehbar, weil ich ja das Equip nicht kenne von denen und, äh, ich weiß nicht, wie gut die spielen, aber ich finde, das ist immer so ein ganz guter Anhaltspunkt, um zu sehen, okay, ist das jetzt irgendwie die bessere, äh, Verteilung oder eben nicht. Und ja, da hab ich mich gestern auch umgesehen und, äh, von daher bin ich jetzt erstmal bei der Schläger-Skillung, die ist ja auch super easy. Die, die andere würde ich aber auch nochmal gerne ausprobieren, vielleicht mach ich das heute auch nochmal, einfach mal ums Becken und mal austesten, wie die so abgeht. Ich weiß nicht, die fand, die fand ich irgendwie langweilig. Ja, ich hab sie noch nie geskillt. Ja, ich hab, ähm, die ähnliche Skillung auf dem Revo immer gespielt und deswegen ist das vielleicht für mich ein bisschen zu öde gewesen. Ja, gut, äh, öde liegt immer im Auge des Betrachters, ne, also die Schläger-Skillung, die ist ja wirklich nur vier Tasten. Die ist, ja klar, die ist mega einfach, aber, ähm, die Redundanz eben dabei ist, weil ich's beim Revo gemacht habe, ist eben schon vorhanden. Ich hab das im 55er-Bereich gespielt, spiel's im 60er-Bereich, immer noch abwechselnd mit der Meisterschützen-Skillung und das ist dann, das, das, nee, das dauert mir, das ist mir dann zu viel vom Gleichen. Ja, apropos Revo, den, den hab ich ja auch angefangen hochzuspielen, aber die Betonung liegt auf angefangen, ich bin Level 15 und hab irgendwie keine Lust mehr. Ja, so ist es bei mir aber auch, grad beim, beim Gelehrten, den, bei dem mach ich immer mal so 1, 2 Level und dann lass ich ihn wieder zwei Tage liegen, immer wieder 1, 2 Level. Ja, aber das macht ja auch nichts, ne, Doppel-EP oder, oder 12-fach-EP ist es ja, das hält ja noch an, ne ganze Zeit, vermutlich, und von daher kann man das ja auch ruhig, ähm, ruhig angehen lassen. Außerdem, ich wollte ja ganz gerne eigentlich einen Chart transferieren, ja, aber, das haben wir noch nicht gesagt, das ist ja die andere News, die zweite News, die es gab, neben den Patch-Notes zu Patch 3.2.1, die haben es immer noch nicht, äh, geschafft, den Server-Transfer wieder online zu bringen. Der ist jetzt schon seit, ich glaube, letzter Woche Montag oder Dienstag, weiß ich nicht, ist der down und wird aber auch leider erst wieder mit Patch 3.2.1 online gehen. Das heißt, bis dahin werde ich mir noch gedulden müssen. Wobei das vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil ich, äh, immer noch nicht so ganz sicher bin, ob ich mir jetzt noch meinen letzten Rep, den ich habe, rüberbringe, oder dann doch mal einen Imp auf T3 rüberhole. Muss ich mal schauen, was ich da mache. Also, ich, ich, ich weiß, was ich mache. Hab ich dir ja schon gesagt. Ich nehme den Imp noch rüber. Ich möchte halt da auch noch sehen, was da abgeht. Und da wird dann mal ein Asser auch rüberkommen. Und, ähm, da brauche ich mir keinen Schatten mehr hochspielen. Und wo wir gerade beim Schatten sind, ne? Oh ja, oh ja. Ich muss, ich muss, ich muss was, ich muss was verkünden. Denn ich habe es gestern endlich mal geschafft, meinen Schatten auf 10 zu spielen und die Skills in die Klassenguides einzutragen. Und ich bitte jetzt um Applaus, ne? Ja, Slow Clap. Ja, nach einem Dreivierteljahr, hey. Ja, richtig. Na ja, okay. Das ist halt Aufwand, ne? Ich hatte halt auch wenig Lust dazu, muss ich ehrlich sagen. Das hat man überhaupt nicht gemerkt. Ja. Ja. Das war ja, das war ja eine Sache von ein paar Minuten die Skills einzutragen. Aber dann das Hochspielen auf Stufe 10 und das stelle ich nochmal ohne Zwölffach EP vor. Das war ja grauenhaft. Ja, ganz grauenhaft. Ganz grauenhaft, ja. Gut, ähm, dann kommen wir doch jetzt mal zu Patch 3.2.1. Ich habe es ja schon gesagt, der erscheint am Mittwoch, ja? Nicht am Dienstag, sondern am Mittwoch. Und wir haben äußerst ungewöhnlich lange Wartungsarbeiten, nämlich acht Stunden von vormittags 9.30 Uhr deutscher Zeit bis nachmittags 17.30 Uhr. Und das finde ich schon äußerst ungewöhnlich dafür, dass in dem Patch eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel enthalten ist, oder? Ja, also das sind ja wirklich von den großen Änderungen her, würde ich jetzt sagen, drei Dinge. Zum Ersten würde ich sagen, dass der Charaktertransfer wieder aktiviert werden muss. Vielleicht gibt es da ja irgendwelche Probleme. Habe ich mir auch gerade noch so überlegt, ne? Das mag sein, ja. Dann haben wir die großen Änderungen beim Watchmen-Wächter und hier das Dingens im PvP. Das hattest du eben schon so schön gesagt. Ja, wir wissen ja noch nicht leider, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Englisch heißt das ganze Resolve-System. Und da gehen wir gleich nochmal drauf ein, was das macht. Wir haben es schon mal erzählt, aber wir wollen ja hier nochmal alles zusammenfassen. Ja, und die vierte Sache, die ja vielleicht nicht so ein großer Aufwand ist, weil es ja wahrscheinlich nur irgendwie eine Eins einsetzen ist statt einer Null irgendwo, ist, dass das Nachstatternacht-Leben-Event noch zurückkehrt. Ja. Was ich übrigens eigentlich ganz cool finde. Ja, dann kann man sich auch mal wieder ein bisschen zocken. Genau, vielleicht kriege ich ja mal den Rancor oder vielleicht gibt es ja auch andere Belohnungen. Ja. Das würde mich auch interessieren, wobei ich gehe, glaube ich, davon aus, dass sie das beibehalten. Sonst müssten sie da ja noch irgendwie was Neues programmieren. Ja, aber das wäre ja eigentlich auch kein großes Problem. Sie können 10.000 Sachen für den Kartellmarkt rausbringen, aber da nicht. Ja. Ja, bescheuert. Ja, so ist es aber. Aber so ist SWTOR. Kennen wir doch. Ja. Gut, willst du mal anfangen einfach irgendwas? Nimm dir irgendeine Änderung und damit fangen wir einfach mal an. Ja, ich fange gleich einfach mit dem Wächter an. Auf den habe ich mich jetzt eh vorbereitet. Wir hatten ja im letzten Cast schon mal ein bisschen drüber erzählt, was sich ändert. Aber jetzt sind eben die Patch-Notes draußen, stehen auf der Seite. Und da möchte ich nochmal über die Sachen drüberfliegen oder kurz erzählen, was wir jetzt noch nicht besprochen hatten. Zum Beispiel, dass eine fachkundige Funktion namens Jedi-Vollstrecker in Zukunft nicht mehr bei den fachkundigen zu finden sein wird, sondern bei den heldenhaften Skillungen. Und dann kommt noch dazu, dass die Dauer von bewacht von der Macht um zwei Sekunden erhöht wird, wenn man ausdauernskillt. Das ist auch eben eine heldenhafte Funktion. Das sind da die Änderungen, die wir noch nicht hatten. Ansonsten eben das mit den Verteidigungsmöglichkeiten, dass man da jetzt in jeder Skillung haben soll, die Möglichkeit haben soll, sich vernünftig zu verteidigen. Und dann eben noch die Watchmen-exklusiven Sachen jetzt dazu. Da möchte ich aber nochmal durch alle durchgehen, damit da auch alles mit eingebunden ist. Und zwar haben wir zum Beispiel Kautorisieren. Kautorisieren macht jetzt den gesamten Schaden über sechs Sekunden anstatt von vorher zwölf. Ob das nun Buff oder Nerf ist insgesamt, das vermag ich jetzt, wie gesagt, nicht mehr zu beurteilen. Das gucke ich mir dann an und werde es im nächsten Cast beurteilen. Dazu kommt dann eben noch das Machtschmelze, dass da auch die Dauer von 18 auf 15 Sekunden reduziert wurde, der Schaden aber auch minimal verringert wurde. Dazu kommt dann wieder, dass Force-Made, jetzt nur noch, ah ja, Force-Made, Machtschmelze, Entschuldigung, nur noch zwei Fokus kostet. Und von drei heruntergesetzt. Und jetzt kommen noch so ein paar andere Sachen. Das ist zum Beispiel hier, Moment, ich muss kurz gucken, welches das war. Genau, Plasma-Kling. Das ist eben ein Talent, ein passives Talent, was es auf Stufe 40 gibt. Hat aktuell den Effekt, deine Brand-Effekte haben bei Schadenswirkung eine Chance von 20% ein Fokus zu generieren. Das ist aktuell nur alle vier Sekunden möglich und nach dem Patch pro Sekunde. Also pro Sekunde haben wir eine Chance von 20% ein Fokus zu generieren. Das ist ja ziemlich geil eigentlich. Das ist auch ziemlich geil, ja. Dann haben wir noch brennender Fokus, da wird auch ein bisschen was geändert. Der Effekt bleibt so bestehen eben, dass die direkten Schadensangriffe, die ein brennendes Ziel kritisch treffen, einen Fokus erzeugen. Das ist eben aktuell nur einmal alle vier Sekunden möglich und ab dem Patch alle drei Sekunden. Das ist eben auch ein kleiner Buff, dass man mehr Fokus regeneriert, dass man da nicht in irgendwelche Schwulitäten gerät. Dann haben wir ja die Möglichkeit, durch bestimmte Skills eben die Kosten von Machtschmelz zu verringern. Da Machtschmelz jetzt aber nur noch zwei Fokus kostet, ist dieses Talent nur noch zweimal stapelbar und nicht mehr dreimal stapelbar. Und jetzt kommen eben noch so ein paar andere Sachen hier, zum Beispiel, dass eben die ganzen Dots uns um 15% des verursachten Schadensheilen und wir nicht mehr durch Kritz geheilt werden. Moment, dann wollte ich hier noch was gucken. Ach nee, das ist unwichtig. Das hatte nur ein bisschen was mit dem Setbonus zu tun, dass eben auch jetzt der 6er Setbonus oder ein anderer Setbonus ist. Das muss ich ganz kurz gucken. Ich bin ja auch gerade online. Ich glaube, es ist der 6er. Ja, ich glaube, es ist der 6er, genau. Kann jetzt auch durch den doppelten Lichtschwertwurf ausgelöst werden und nicht nur durch die ganzen anderen. Ja, genau. Burning Sweep hatte ich jetzt beinahe vergessen. Da wurde auch, das ist der Flammenschwung, der ist auf Stufe 12 verfügbar. Der hat ja aktuell den Effekt, dass man seine ganzen Dots auf die Gegner verteilen kann. Und hat jetzt noch zusätzlich den Effekt, dass der Cooldown von Machtschwung von 15 auf 9 Sekunden, ne Quatsch, dass die Abklingzeit um 9 Sekunden verringert wird, wenn das geskillt ist und die Fokuskosten auch noch um 1 verringert sind. Und dazu macht Machtschwung auch noch 30% mehr Schaden. Ich denke mal, damit will man den einfach auch noch ein bisschen Gruppendamage fähiger machen. Aber das finde ich spannend. Das hatten wir ja letztes Mal, glaube ich, insofern gar nicht berücksichtigt. Da hatte ich ja noch, glaube ich, erzählt, dass ich vom PTS gehört hatte, ich habe es ja selber nicht getestet, dass der Schaden ein bisschen geringer sein soll. Aber wenn ich jetzt sehe, dass ich ja Kautarisieren alle 6 Sekunden machen kann statt 12, das heißt, ich kann in derselben Dauer eigentlich einen doppelten Kautarisieren-Schaden raushauen, kostet natürlich mehr Fokus, klar. Aber ich kann ja auch viel mehr Fokus regenerieren durch diese passiven Talente, die du gerade aufgezählt hast. Richtig, genau das ist es. Und ich weiß nicht, auch viel Fokus nenne ich das auch nicht. Das sind vier Fokus innerhalb von 12 Sekunden und du hast es ja gerade gesagt, man kriegt so schnell Fokus ran dadurch und dann macht man halt mal einen Hieb weniger als Filler und knallt einfach nochmal Kautarisieren raus. Sehe ich nicht als großes Problem an. Ja, macht Schmelze, macht ein bisschen weniger Schaden, ist dann die Frage, wie viel ein bisschen ist. Ich bin nicht dabei. Kann ich mir eigentlich mal aufschreiben, weil aktuell macht er bei mir 7521 Schaden. und dann kann ich ja mal gucken, wie weit das runtergegangen ist am Mittwoch. Das stimmt, wobei es ja jetzt auch über 15 Sekunden geht, was ja bedeutet... Ne, 18 Sekunden aktuell, 15 Sekunden dann. Naja, das meine ich ja. Wenn er dann über 15 Sekunden geht, das ja dann eigentlich bedeutet, dass auch wenn der Schaden ein bisschen reduziert wird, es trotzdem sein kann, dass der Schaden über die Zeit, also auf die 15 Sekunden gerechnet, derselbe bleibt. Ja, das ist möglich, klar. Ja, muss man sehen, wie weiter die Reduzierung geht. Aber es ist interessant. Ich bin gespannt, was dann ab Mittwoch die Parsis dazu sagen. Aber ich denke mal, normalerweise sollte da ein bisschen mehr was rumkommen, oder? Ja, also bin ich eigentlich auch der Meinung. Auch wenn jetzt so die Spielerschaft die Woche über, habe ich auch mit einigen Leuten gesprochen. Dann kam auch immer wieder, ja, der Wächter, der wird jetzt overpowered und der wird richtig geil. Wir haben auch wieder gesagt, also wir sind ja nicht alleine der Meinung, dass der gebufft wird. Ja gut, und vor allem natürlich dieses, dass du dich über den Dot-Schaden heilst, das ist auch sehr spannend. Ja, weil das sind, guck mal, du machst jetzt hier alleine durch Kautorisieren, machst du 3853 Schaden, ja, von 6 Sekunden, 15% davon sind Heilung für dich. Machtschmelze sind 7521 Schaden über 18 Sekunden. Man muss mal gucken, wie es über 15 ist. 15% davon gehen auf dich. Und dann ist eben noch deine Lichtschwertüberladung, das ist auch ein Dot. Dann 15% gehen auf dich. Und das die ganze Zeit über. Also es ist eine ordentliche Selbstheilung für ein Raid. Hm, auf jeden Fall. Na gut, sind wir gespannt, was da passiert, ne? Ja. Gut, dann gehen wir nochmal über die paar, oder auf die paar weiteren Änderungen mit Patch 321 ein. Ich habe eben schon gesagt, Nachtleben-Event kehrt zurück. Dort sollte man aber vielleicht nochmal anmerken, wann das zurückkehrt. Das kehrt nämlich nicht direkt am Mittwoch zurück, sondern erst am 9. Juni. Ja, am 9. Juni kommt das wieder. Hält dann aber auch relativ lange an bis zum 25. August. Also zwei Monate und ein bisschen mehr sogar. Also da hat man dann eine ganze Ecke Zeit, sich dort an den Automaten rumzutoben. Abzutoben. Ein bisschen Geld rauszupressen. Was auch immer ich gerade für einen Werb gesucht habe, ist es weg. Nicht abzureagieren. Ja, ich weiß nicht. Ich wollte was anderes sagen. Aber ist egal. Ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und dann haben wir natürlich noch dieses wunderschöne Resolve-System-Ding fürs PvP, was wir eben auch schon mal kurz angesprochen haben. Was ist das? Wir haben es ja auch schon mal erzählt. Wenn das Ziel, also diese Resolve-Bar, ich weiß nicht, wie die im Deutschen heißt, also dieser weiße Balken, der sich über den Köpfen dann füllt oder im Porträt, wo man dann immun gegen CC-Effekte wird, wenn der voll ist. Wenn der voll ist und man belegt den Gegner mit einem immobilisierenden Effekt, so wird das hier benannt, also irgendwas, was den auf dem Boden festtackert. Dann ist es so, dass wenn dieser Balken voll ist, das jetzt nicht mehr verpufft, weil im Moment kannst du da nichts mehr machen, sondern der wird dann quasi 50% verlangsamt. Dabei ist aber spannend, dass die ganzen Eigenschaften dieses Skills, die man ausführt, dabei erhalten bleiben. Das heißt, okay, wenn dieser immobilisierende Effekt endet, wenn ich Schaden auf den Gegner mache, dann endet auch das Slow, wenn ich Schaden auf den Gegner mache. Und die Dauer dieses Slows entspricht halt auch genau der Dauer dieses immobilisierenden Effektes auf dem Gegner, der normalerweise darauf wäre. Und so funktioniert das. Und finde ich ganz spannend. Mal sehen, ist man immerhin noch in der Lage, auch Spieler zu verlangsamen, die eine volle Immunität haben. Vor allem Huttenball oder sowas, stelle ich mir da interessant vor. Ja, das ist natürlich, muss man auch gucken, ob das im Huttenball, da habe ich nämlich auch genau das Beispiel, da habe ich eben gerade darüber nachgedacht, als du das erzählt hast. Ich meine, wenn du den verlangsamst, 50%, und dann musst du ja auch irgendwie Schaden wieder auf den machen, damit der den Ball nicht reintragen kann oder sowas. Ansonsten kann er ja auch gemütlich weiterlaufen. Ja gut, es ist ja nicht gesagt, dass jeder immobilisierende Effekt bei Schaden abbricht. Das kommt auf den Skill an. Ich weiß auch gar nicht, welche das wären, aber es steht hier so in der Beschreibung. In der Patch-Beschreibung steht hier drin, wenn der bei Schaden abbricht, dann bricht auch der halt entsprechend ab. Ah, okay. Also ich weiß nicht, welcher das ist. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Also was mir so als immobilisierender Effekt einfällt, das wäre das, dieser Schuss vom Schurken, wo man sich nicht mehr drehen kann. Ja, 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 ja. Aber der bricht ja bei Schaden nicht ab, zum Beispiel. Also der sollte ja dann eigentlich für die Dauer komplett slown. Ich gucke ja auch gerade, ob ich irgendwas auf dem Wächter habe. Also von daher denke ich mal, dass das wahrscheinlich irgendwie nur ein, zwei Skills sind, die uns jetzt nicht allen fallen, weshalb sie das dazu geschrieben haben, im Zweifel. Ja. Gut. Ja, dann haben wir das. Und jetzt lass mich nochmal durchscrollen. Ich gucke auch gerade noch. Am Kartellmarkt, da haben wir so ein paar. Eine Sache noch. Assa, beziehungsweise Schattentanks, können jetzt diesen Skill, ich weiß nicht, wie er heißt, dieser Tank-Skill, der End-Tank-Skill, der kann dann im Laufen gewirkt werden. Das ist ziemlich cool. Das hat auch gefehlt so ein bisschen. Ist das vielleicht, nee, ist es nicht. Okay, das hätte ich nämlich vielleicht jetzt auch auf den Fronti, habe ich schon ein bisschen projiziert, ob sie das nicht bei dem kanalisierenden Ding da auch machen wollen. So bei dem, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ah, Ionensturm oder so. Keine Ahnung. Das wäre vielleicht auch gar nicht so doof. Aber da ist es schon in Ordnung, dass sie es da machen. Ja, auf jeden Fall. So, und natürlich eine Sache, eine Sache, die sehr wichtig ist für alle, die Talk, ja, also, ich weiß, wie heißt er auf Deutsch? Ich vergesse es immer. Drall. Drall, tatsächlich. Drall. Die Drall machen, im HC ist es wichtiger als im SM, aber auch da gibt es ja den Fehler, glaube ich. Da verschwinden ja die blöden Flammen, die von unten kommen, diese Bodenlüftung, die verschwinden ja, bevor die volle Zeit abgelaufen ist. Also, die machen noch Schalen, obwohl sie weg sind, quasi. Und das ist ein bisschen dämlich. Und das wird auch gefixt, Gott sei Dank. Und nicht nur das, was auch ganz wichtig ist, ist, dass die AOE-Heal-Effekte nicht mehr auf die Konsolen gehen. Ja. Das ist auch richtig wichtig. Richtig wichtig, ja. Das stimmt, da wird HPS verschenkt. Ja. Die Konsolen brauchen keine Heilung. So ist es. Gut, genau. Und dann haben wir natürlich noch die Änderung, die wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben, dass wir vermutlich beim gewaltigen Monolithen, also bei dem Boss auf Zeost, den Instanzierten, nicht mehr die Farbmechanik umgehen können, weil er, wenn er diesen, ja, dieses Channeln, was er da macht, auf den Riss durchbringt, ja, viel mehr Schaden macht. Ja. Als vorher. Ja. Und das wird vermutlich einfach den Raid dann töten. Ja. Und, ja, habe ich mir aber auch schon gedacht, dass sie dann irgendwie sowas machen werden, weil das war ja sicherlich nicht im Sinne der Entwickler, dass man da einfach die Mechanik umgehen kann. Ja. Was mich daran ein bisschen nervt, muss ich ja sagen, an dem Boss im HC allgemein, ist, dass man sich immer diesen dämlichen Buff vom Weltboss holen muss. Weiß ich nicht. Ich finde, das hätte man sich sparen können. Ich wollte gerade sagen, ich finde, das könnten sie auch umgehen. Also, wenn man den machen will, ist es in Ordnung, aber ich finde, man sollte dazu nicht gezwungen sein. So sehe ich das nämlich auch gut. Andererseits kann man auch so argumentieren, wenn man schon eine 204er Waffe haben will, dann soll man dafür was tun. Ja. Aber, weiß nicht, da bin ich zu faul zu. Ja, dann sollen sie den Boss wirklich so entsprechend schwer machen, aber nicht dann auch noch, irgendwas voraussetzen, dass man einen Weltboss legen muss. Ja, sehe ich. Dann finde ich da einfach nicht cool. Genau. Und noch eine für mich persönlich wichtige Geschichte, die ich letzte Woche auch vergessen habe zu erzählen, denn ich habe mir auf der Zeus Orbital Station, da gibt es ja diesen Zeus Air Pendler, heißt er glaube ich, und da gibt es ja Deko Gegenstände, zwei glaube ich, und dieses eine Mount, was so cool aussieht. und da habe ich mir den, wie heißt er, den Turm des Volkes, Solo Terminal, whatever, gekauft, letzte Woche irgendwann, habe den eingesetzt und dann war er weg. Also, dann war er weg, wenn ich drüber hover beim Händler, dann sagt er mir, okay, ich habe einen von 50 im Menü, taucht er aber nicht auf, also im Stronghold, im Festungsmenü, ich kann den nicht platzieren, geht nicht, habe daraufhin damals den Support angeschrieben und habe dann aber die Meldung bekommen, ja, das ist irgendwie ein allgemeiner Bug, hat jeder scheinbar und wir kümmern uns drum und auch das wird jetzt mit Patch 3.2.1 behoben, das heißt, ab dort darf ich das Ding dann auch endlich mal in meiner Festung platzieren, was ich sehr schön finde. Erfreulich. Ja, sehr erfreulich. Gut, und ich glaube, das war so eigentlich alles, was wichtig ist für nächsten Mittwoch. Ja. Was steht sonst noch an, wenn ich mal ganz kurz in unser nächster Ereignisse-Widget gucke, dann haben wir jetzt, wie gesagt, in drei Tagen, 23 Stunden, Patch 3.1, 2, dann in 16 Tagen das Narshala Nachtleben. 2.1, nicht 3.1, 2. Ja, siehst du, steht da auch falsch, ich kann es mal ändern. So, dann das Narshala Nachtleben Event in 16 Tagen und dann natürlich das, was wir alle irgendwie sehnlichst erwarten, Fallen Empire, Hashtag, Hashtag Fallen Empire in 22 Tagen, also in knapp drei Wochen, wissen wir dann hoffentlich endlich mal, wie es hier mit dem Content weitergeht in nächster Zukunft und dann haben wir auch bestimmt wieder ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, richtig. Und jetzt haben wir beide was zu tun, ne? Genau, jetzt haben wir beide was zu tun und von daher wollen wir uns jetzt auch verabschieden. Wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, das wird hier eine kurze Ausgabe heute, quasi nur so ein kleiner Zwischenruf und ja, nächste Woche, denke ich mal, wird dann die Newslage hoffentlich ein bisschen besser sein und dann werden wir wieder auf unsere gewohnte Länge kommen und die verbleibende Zeit, die wir an diesem Wochenende haben. Da werden wir nochmal so ein paar Anfänger-Audio-Guides aufnehmen. Ich glaube, das ist auch eine ganz nette Geschichte. Dann kommt da sicherlich auch wieder mindestens drei, wie letzte Woche auch. Ja, richtig. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch was und wir hören uns dann vermutlich, ich denke mal, nächstes Wochenende wieder. Macht es gut. Ich gehe auch davon aus, haut rein, bis nächste Woche, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.